so kann weitergehen fragment hier wieder am start ganz viele bäume auch hier wollen wir ja mal messern wenn du willst ganz viel messer ich nehme mal ich will mal mit der pistole ein bisschen mehr schießen meine hauptwaffe mal ein bisschen schone der wird gemessert oder waren lange gebraucht und gegner ballern schon da ist es da unten es hört sich immer so an wie so silvester knaller als würdest du siehst rocky mäßig ich habe gar keine energieanzeige mein balken ist unten komplett schwarz keine energieanzeige ist das denn ich habe wirklich nur unten so einen komischen balken schwarz und dann so gelb und der lädt sich gerade auf das habe ich auch noch nicht gehabt ich weiß auch nicht was es ist das auch das hört sich an als wenn die links von uns irgendwie sind ja am besten gehst du vor danke danke ja auf jeden fall da bin ich auch mal offen für und bleib bloß weg ich hasse die ja scheiß feuer teufel aber ich kann ja gleich folgen das gut muss ja wahrscheinlich hier drin sein ja da ist schnauze roma ich mach das mal eben kurz nach der spinne ok kann man ja weiter sozusagen schießt du ja ich habe gerade jemand die haare geschnitten naja genau wie du sagst du ich würde sagen hier lang ja das sieht gut aus nur jetzt hier einmal rüber dann noch mal er drücken das war die schüsse gleich nach ist es in anderen spielen nicht so wichtig also auch schon wichtig aber in dem spiel ja ganz besonders ja weil er so langsam nachleden gerade wenn du so wie ich das letzte mal ein gegner vor dir hast und du willst ihn dann abballern und dann auf einmal drückst du drauf und es kommt nichts jetzt kommen sie aber mal näher ja oder wir kommen näher je nachdem eine sache der perspektive ja wir könnten auch einfach versuchen die mal jetzt zu jagen das könnten wir auch machen also wir lösen das jetzt und dann gehen wir mal in die richtung ich meine ja das wäre auch meine option aber so auch noch nicht gemacht wo man die schüsse hört die zeichnen da lang ist man ja eh jetzt mal aufpassen dass sie nicht in unsere richtung rennen und wir denken genau wir können die mal jagen und die haben gerade gesagt wir können die ja mal jagen wenn du was hörst du da siehst sagst du bescheid ich kletter hier mal hoch vielleicht kann ich von oben besser gucken muss ich aber die luke aufmachen hier sind schöne brennesseln ich sitze in brennesseln das ist das ist super das ist auch so wenn man mal unterwegs ist im wald und denkt so man könnte ja mal kurz ein kleines häuschen setzen und dann sind da brennesseln das wäre nicht so schön soll gesund sein ja brennessel thema ganz anders hören tut man die jetzt nicht mehr hier müssten jetzt sie zwei das war auf ich messer die mal kurz ja ich okay ja wohl weil dann hören die uns nicht aber die bauern wieder sehr schön wenn man hinterher oder ja klar noch mal zeigen wer hier wer hier das sagen hat irgendwo da oder ja jetzt würde ich sagen hier die richtung okay ich folge dir einfach mal du hörst das besser ja der kopfhörer ist auch gar nicht so verkehrt ich wollte so zumal gucken man gibt es ja so tipps dass man das so modifiziert ich glaube geradeaus sind die da hinten im gange oh was denn ich habe den schuss gehört das ging jetzt nicht anders ja ist gut ich war der meinung die waren jetzt hier geradeaus irgendwie ja gucken ja jetzt höre ich sie wieder links ich wurde beschossen oder wurdest du beschossen ne ok dann wurde ich beschossen glaube ich das kann natürlich sein dass die sich wieder aufgeteilt haben ja ich habe sie da keinen ich auch nicht na gut dann können wir ja weiter ja jetzt höchst du so leicht rechts wahrscheinlich haben die immer nur irgendwelche knallkörper diese auf lassen und wir laufen werden sind total irritiert ja das gibt es ja auch ne die kann man ja so werfen ach nee quatsch das ist dynamite oder so ne ja du hast recht die sind irgendwo hier lang schade dass sie keine fußabdrücke hinterlassen das wird jetzt spannend da oben gibt es nämlich auch was jetzt höchst ja rechts jetzt wieder so leicht links ich könnte mir vorstellen dass die links im gebäude irgendwie sind ja hier müssten irgendwie sein das ist jetzt nur eine vermutung aber ja ich glaube ich sehe an vorsicht so schnell eine spritze geben sonst habe ich ein problem die waren da glaube ich noch ich bin ich bin der mann auf mich hat einer geschossen oder auf diesen fetten zombie da aber ich lade mal nach alter das ist ja wie in echt wenn ich hier so ein graben hocks tja ich weiß jetzt ne wahrscheinlich schleichen die sich um uns rum fleischkopf hat mich kaputt gemacht das ist nicht so schlimm wir machen das mal eben super ah da bin ich ja wieder gebe ich mir nochmal schnell eine spritze hast du noch genug oder soll ich die eine geben ne ich hab sogar noch eine habe ich dann noch also das ist ganz gut so ich lade nochmal nach so eine größe wir mal das rätseln ja genau und vermute mal ist hier drin und da sitzen sie wahrscheinlich nehmt auch wieder was als wenn einer jetzt ballern sie wieder wo ist denn das olle rätseln jetzt sehe ich sie aber ordentlich hier links von uns draussen alter der hat sie aber angeschlichen blöder zombie wasser ok denn löst mal hier gibt es sonst auch munition falls du munition ist immer gut super nachgeladen habe ich ja man kann die noch mal hinten schräg ist was ja und gehen wir einfach da jetzt weiter weil man wird jetzt auch nicht wirklich nö gibt es einen trick wenn die auf einen schießen dass man sieht woher der schuss kam ich glaube es wird hier doch so ein halbkreis angezeigt ungefähr aus welcher richtung ja stimmt also wenn du von rechts angeschossen wirst dann kommt dieser rote halbkreis rechts und ja ja ich höre sie wieder ballern vor uns oder ja entweder vor uns oder links von uns ja die sind irgendwie hier so ist das eine blöde saatmutter oh ich druck mich mal ab du bist doch ganz woanders ach da ist sie ja soll ich die mal schnell messern ja messer nehmen so weg ist sie jetzt ist sie aber ruhe bei denen irgendwie ja komisch oh auf mich wurde geschossen echt weißt du von wo ja von von scheiße von links wurde auf mich geschossen links von dir jetzt da wo du nach hingeguckt also ich bin von dir aus rechts jetzt irgendwie so ja hoffen wir mal dass mich einer plündert ich höre wir laufen ja rechts höre ich wem hinter dir ja scheiße naja aber spannend ja ich muss echt mal einen Ton mal höher stellen geile Runde ja 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 Vielen Dank.